Grüße an alle, willkommen zur neuen Folge der Bayern München News. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bayern München im fortgeschrittenen Gespräch mit Kyle Walker Laut Florian Plettenberg befindet sich Bayern München in fortgeschrittenen Gesprächen mit Kyle Walker von Manchester City. Die Gespräche zwischen beiden Parteien laufen gut und der englische Nationalspieler möchte gerne zum Bayern wechseln. Cheftrainer Thomas Tuchel soll der Haupttreiber des Transfers gewesen sein und den Rechtsverteidiger davon überzeugt haben, dem Verein beizutreten. Obwohl es keine endgültigen Vereinbarungen zwischen Walker und den Bayern gibt, sind beide Parteien optimistisch, dass ein Deal in naher Zukunft abgeschlossen werden kann. Walker würde in der nächsten Saison wahrscheinlich als Rechtsverteidiger von Nusser Mats Raui und Josip Stanisic auflaufen. Was ist Ihre Meinung dazu? Wird Kyle Walker beim FC Bayern München erfolgreich sein? Bayern München steht kurz davor, sein wichtigstes Sommerziel mit Man United langfristig zu sichern. Laut Transferguru Fabrizio Romano auf Twitter steht der Bundesliga-Gigant Bayern München angesichts des Interesses von Manchester United kurz davor, sich mit Napoli-Verteidiger Kim Min Jae auf einen Vertrag zu einigen. Die Bayern stehen kurz vor einer Einigung mit dem südkoreanischen Nationalspieler über die persönlichen Konditionen. Die Bayern wollen die Ausstiegsklausel von Min Jae im Juli bezahlen. Während die Red Devils den Verteidiger auf ihrem Radar haben, hat die Mannschaft aus Old Trafford bisher kein neues Angebot abgegeben. Amen. 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 Vielen Dank.